Hallo Freunde, Chris Nato von SwisschiefHD hier und heute mit der 36. Folge von unserer Road to Glory. Ja heute, heute gibt es wirklich zwei Siege. Heute wird es einfach zwei Siege geben, weil es muss einfach heute zwei Siege geben. Es kann nichts anderes geben als zwei Siege, weil ich will, ich will heute, also ich wollte in der letzten Folge zwei Siege machen. Es waren wieder zwei EA gescriptte Spiele. Immerhin habe ich eins davon gewonnen, weil der Gegner so schlecht war, dass EA nicht mal mithelfen konnte. Aber in dieser Folge will ich jetzt wirklich, ich will wirklich aufsteigen und zwar nicht nur aufsteigen, sondern den sicheren Aufstieg, also nicht nur den Meistertitel. Nein, nicht nur den Aufstieg, sondern auch den Meistertitel, so war es genau. Hier das gegnische Team, ein Ligue 1 Team mit Benzema und Dante, die nicht ganz hineinpassen, aber doch okay sind. Und jetzt der lange Ball auf, Jadson, Jadson, come on, Jadson. Ja, Thiago Silva natürlich nicht. Ein Bombenverteidiger geht es aber, Carlos Eduardo, Ballrolle, Scoopter, Finesse-Schuss. Nein, Thiago Silva, verpiss dich. Come on, come on. Ja, 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 ja. Alter, ich habe ihn schon dreimal den Ball weggenommen und er ist immer noch im Ballbesitz. What the fuck? Oh nein, scheiss Cavani. Nein! Nein, Alter! Das ist wieder so erbärmig, wie ich wieder die Tore kassiere. Und wieso habe ich jetzt dieses Tor kassiert? Weil man genau sehen kann, dass EA nicht fähig war, mir den Spieler zu wechseln, der in der Mitte war. Alter, gib mir doch Kocinelli, Mann! Er rennt, er rennt einfach und er kommt immer durch. Immer! Vielleicht soll ich das auch mal probieren. Einfach R2 und durchrennen. Come on, Jadson! Come on! Ah, scheiss natürlich nicht rein. Ich wollte zuerst Heel-to-Heel vorbeimachen, aber er ist ja nicht rausgekommen. So, jetzt wieder Jadson. Der macht heute sein Spiel seines Lebens. Jetzt der Job perfekt vorbei an zwei Leuten. Nein, an dem Pfosten natürlich wieder! Mann, what the fuck? Das ist wieder so behindert, Mann! Ah! Scheisse, Mann! Klares Foul, es gibt wieder kein Foul! Es gibt wieder kein Foul! Es ist jede Folge das Gleiche! Jede verdammte Scheiss-Folge kriegen wir so ein klares Foul, aber es ist einfach wieder kein! Und dann sind wir wieder so dumm mit Tore! Und die zweite Chance vom Gegner natürlich in das zweite Tor wird es auch anders sein können! Ah, Alter, was sind das für behinderte Pässe, Mann! Ja, und da... Was macht? Alter, am liebsten würde ich jetzt den Kontroll in zwei Teile zerlegen. Und am liebsten würde ich das ganze Gebäude von EA, wo die irgendwelche Scheissarbeiten machen, eine Atombombe draufwerfen, Mann! Jetzt Ronaldinho! Mit dem Pass auf Jadson mit dem Lopfen! Ja! Oh mein Gott! Yes! 41. Minute! Oh! Da hat der Gegner ja... Also ja, knapp hinter der Linie das gerettet. Das schauen wir uns jetzt mal in der Wiederholung an. Ja, man sieht es nicht, aber egal. Hauptsache wir sind nur noch mit einem Tor hinten. Come on, Jadson! Yes! 43. Minute, Jadson! Wieder ein Tor! So, jetzt herrliches Dreieck-Teufels-Spiel. Und Carlos Eduardo macht Ballroll, Drag-Bake-Fake-Scoop-Turn. Und dann... Come on! Come on, Ronaldinho! Jawohl! Ja! Ronaldinho! Was für ein Glückstor! Oh mein Gott, das war jetzt... Also bis auf den Drag-Bake-Fake-Scoop-Turn war es 100% Glück. Das war so ein Glückstor. Endlich schaffe ich es auch mal, ein Glückstor zu schiessen. So, jetzt der lange Ball auf Jadson. Zwei Ballrollen, ein Scoop-Turn, ein Roulette und da macht's... Boom! Und der Head-Trick von Jadson ist perfekt. Jawohl! Das ist das Spiel des Jadzons. Oh, das sieht mir sehr nach Rage-Quitt aus. There we go! There we go! So, der erste Gegner hat Rage-Quittet. Und das heisst, das gibt schöne drei Punkte auf unser Konto. Und somit haben wir jetzt 16 Punkte. Zwei verbleibende Spiele haben wir noch. Und noch ein verbleibendes Spiel in dieser Folge. Und ich will in diesem Spiel jetzt unbedingt den Titel gewinnen. Und daher nehmen wir natürlich unser Barclays Premier League Team. So, wir schauen uns das gegnerische Team an. Er hat eine Bewertung von 85, ein Bundesliga-Team. Ich habe noch nie ein Bundesliga-Team in der 4-5-1-Formation gesehen. Wirklich noch nie. Aber ich finde, das sieht doch ziemlich nice aus. Und wir müssen aufpassen, weil das sind, ich meine, schaut doch, der schlechteste Spieler ist Jordi Alba mit 82er Rating. Und das ist ein guter Spieler. So, der erste Ball. Asaidi. Oh, nein, Neuer. Das wird sicher schwierig, Neuer gegen Neuer ein Tor zu schiessen, weil Neuer ist ein guter Torhüter. Nein, schon wieder Asaidi. Come on, freies Tor. Oh, das war Zerstörung hoch 100. Zerstörung hoch 100. Oh mein Gott, der Dragpick fast. Oh mein Gott. Voll zerstört. 1-0. Come on, das muss genau so weitergehen. Oh, nächster Ball. Benteke, auf und davon. Come on. Oh, natürlich wieder annehmen. Posten. Come on, Nani. Come on, Nani. Oh, Neuer wieder. What the... Neuer ist wirklich der beste Torhüter im Ultimate Team. Also meiner Meinung nach. Come on, Wiedic. Come on, Wiedic. Oh, what the fuck. Undi Latte, what the fuck? Oh, schöner Pass auf Götze. Bleib doch im Tor, Tschech! Oh mein Gott. Ich habe den nicht mal rausgeholt. Ich hasse das, wenn ich den Torhüter nicht raushole und er kommt raus. So, jetzt der herrliche Pass auf, noch nie. Der macht einen Fake-Shot nach aussen. Dann der McKinney und klatsch rein! Oh, nein! Ja, noch nie, come on. Ballrolle ist gut hin. Oh mein Gott. Der ist durch den Spieler durchgegangen oder so. Durch Mats Hummels, glaube ich. What the fuck? Aber da hätte auch wieder der erste Schuss schon längst reingehen müssen. Oh, perfekt durch Mats Hummels und Boateng durch. Sehr schön. 2 zu 0, das sieht gut aus. Das sieht nach dem Titel aus. Das gefällt mir. Oh, ja, Benteke mit dem Roulette. Oh, mit dem No-Look-Schuss. Nicht drüber. Oh, jetzt! Schau doch das an für Malen mit dem Flick über Lewandowski. Jawoll! Nice! So, jetzt noch nie. Ballroll. Drag-Bake-Fake. Scoop-Turner-Roulette. Ballroll. Drag-Bake-Fake. Scoop-Turner-Roulette. An den Körper findet den McGuidi. Heel-to-Heel. Jetzt der Brune. Oh, das war Offside. Oh mein Gott. Das war einfach scheisse verteidigt. Weil da waren beide Ingenverteidigt ganz rechts aussen. So, jetzt noch nie. Come on, jetzt will ich mal wieder was sehen. Heel-to-Heel. Roulette. Ballroll. Drag-Bake. Wieder Heel-to-Heel. Roulette. Oh, schöne Gerätsche. Kein Fall! Natürlich. Wieso sollte es ja auch einen Foul geben? Das war ja klar Ball gespielt. Das war wieder so klar Ball gespielt. Ich schwöre diese Scheisse. Ey, es regt mich jedes Mal so tierisch auf. So, jetzt bin Teke mit dem Lupfer. Nein. Oh, ihr hält den. So, noch nie. Ballroll. Scoop-Turner-Perfekt vorbei. Dann der Advanced-Rainbow. Und ein Blam. Verpiss dich. So, sie, die holt sich den Ball. Ballroll. Drag-Bake-Fake. Ah, schon wieder Ball verloren. Ja! Die Partie ist dann auch schon vorbei. Wir gewinnen sie mit 2 zu 1. Hochverdient. Hochverdient mit 2 zu 1. Und ihr wisst ganz genau, was das heisst. Das heisst, es gibt natürlich für uns drei weitere Punkte. Und diese drei Punkte bringen uns den Titel gewinnen. Also den Meistertitel. Haben 9000 Coins dafür noch bekommen. Und jetzt sind wir in Liga 3 angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spass an der 36. Folge von unserem Road to Glory. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!